Teil 1 Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 1 Entschuldigung, haben Sie diese Bluse auch in weiß? Ja. Welche Größe tragen Sie? 42 Kleinen Moment bitte. Nein, tut mir leid. Wir haben sie nur noch in Größe 40. Entschuldigung, haben Sie diese Bluse auch in weiß? Ja. Welche Größe tragen Sie? 42 Kleinen Moment bitte. Nein, tut mir leid. Wir haben sie nur noch in Größe 40. Nummer 2 Wo bleibst du denn? Ich warte schon seit 20 Minuten auf dich. Entschuldige, ich stehe im Stau. Bin in 10 Minuten da. Bis gleich. Bis gleich. Wo bleibst du denn? Ich warte schon seit 20 Minuten auf dich. Entschuldige, ich stehe im Stau. Bin in 10 Minuten da. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Nummer 3 Guten Tag. Haben Sie schon gewählt? Ja. Ich nehme einen Apfelsaft und ein Stück Schokoladenkuchen. Gern. Ich bringe es Ihnen gleich. Guten Tag. Haben Sie schon gewählt? Ja. Ich nehme einen Apfelsaft und ein Stück Schokoladenkuchen. Gern. Ich bringe es Ihnen gleich. Nummer 4 Fahren Sie mit der S-Bahn zur Arbeit? Nein, ich habe ein Auto. Und Ihr Mann? Der fährt gern mit dem Fahrrad. Oh, toll. Dann gibt es ja kein Problem. Nein, ich habe ein Auto. Fahren Sie mit der S-Bahn zur Arbeit? Nein, ich habe ein Auto. Und Ihr Mann? Der fährt gern mit dem Fahrrad. Oh, toll. Dann gibt es ja kein Problem. Nummer 5 Entschuldigung. Ich will zum Bahnhof. Wie komme ich da hin? Da sind Sie hier ganz richtig. Sehen Sie das große Haus dort vorne? Ja. Ist das schon der Bahnhof? Nein. Dort gehen Sie nach rechts. Und dann immer geradeaus. Also am großen Haus rechts. Vielen Dank. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich will zum Bahnhof. Wie komme ich da hin? Da sind Sie hier ganz richtig. Sehen Sie das große Haus dort vorne? Ja. Ist das schon der Bahnhof? Nein. Dort gehen Sie nach rechts. Und dann immer geradeaus. Also am großen Haus rechts. Vielen Dank. Nummer 6 Guten Tag. Sie wünschen bitte? Was haben Sie heute als Tagesessen? Da haben wir hier einmal Fleisch, Gemüse und Kartoffeln. Ach, Fleisch mag ich nicht so. Dann nehmen Sie doch Fisch mit Reis und Salat. Fein. Das nehme ich. Guten Tag. Sie wünschen bitte? Was haben Sie heute als Tagesessen? Da haben wir hier einmal Fleisch, Gemüse und Kartoffeln. Ach, Fleisch mag ich nicht so. Dann nehmen Sie doch Fisch mit Reis und Salat. Fein. Das nehme ich. Teil 2 Kreuzen Sie an. Richtig oder falsch. Sie hören jeden Text einmal. Nummer 7 Entschuldigung, wo finde ich Zucker? Zucker? Lebensmittel sind im Erdgeschoss. Also hier geht's runter und dann sofort rechts bei den Backwaren. Danke. Danke. Nummer 8 Entschuldigung, was kosten Sie, wenn Sie die Reis und 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 die Reis? Wer sind diese Äpfel? Die roten? 2,99 Euro das Kilo. Dann nehme ich fünf Stück bitte. Gern. Nummer 9 Weißt du, wie das Wetter morgen wird? Warm, aber bewölkt. Och, schade. Dann können wir nicht baden gehen. Nummer 10 Liebe Kunden, das waren unsere Sonderangebote für heute. Und nun noch eine dringende Ansage. Der kleine Mario sucht seinen Vater. Kommen Sie bitte schnell zum Informationsschalter im ersten Stock. Mario wartet dort auf Sie. Teil 3 Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A B Oder C Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 11 Hallo Lisa, Walter hier. Du, ich habe eine neue Telefonnummer. Das ist die 9 0 9 4 2 9 3. Ich wiederhole 9 0 9 4 2 9 3. Ruf mich doch bitte bald mal an. Danke. Hallo Lisa, ich habe eine neue Telefonnummer. Ich habe eine neue Telefonnummer. 9 0 9 9 4 2 9 3. Ich habe eine neue Telefonnummer. Ich wiederhole 9 0 9 4 2 9 3. Ruf mich doch bitte bald mal an. Danke. Nummer 12 Tag, Yongmin. Hier ist Olga. Ich komme heute gern zu dir und ich möchte auch was mitbringen. Ich habe sehr guten Tee aus Russland. Den trinken wir dann zusammen. Ja? Tag, Yongmin. Hier ist Olga. Ich komme heute gern zu dir und ich möchte auch was mitbringen. Ich habe sehr guten Tee aus Russland. Den trinken wir dann zusammen. Ja? Tag, Yongmin. Hier ist Olga. Ich habe ein großes Problem. Mein Fernseher funktioniert nicht und heute Abend ist doch das Fußballspiel. Kann ich zu dir kommen? Du hast doch einen Fernseher, oder? Ruf mich bitte schnell zurück. Hallo Lars. Stefan hier. Du, ich habe ein großes Problem. Mein Fernseher funktioniert nicht und heute Abend ist doch das Fußballspiel. Kann ich zu dir kommen? Du hast doch einen Fernseher, oder? Ruf mich bitte schnell zurück. Nummer 14 Unser Angebot der Woche, das neueste Handy von Siemens. Natürlich mit Videofunktion und vielen tollen Extras. Diese Woche für nur 129 Euro. Holen Sie sich das Top-Aktuelle Handy zum Superpreis von nur 129 Euro. Dieses Angebot gilt nur diese Woche. Kaufen Sie jetzt. Kaufen Sie sich das Top-Aktuelle Handy zum Superpreis von nur 129 Euro. Dieses Angebot gilt nur diese Woche. Kaufen Sie jetzt. Nummer 15 Hallo Fatima. Katja hier. Du, ich bin total im Stress. Ich muss für das Fest heute Abend noch unbedingt mein Kleid bügeln. Und gerade ist mein Bügeleisen kaputt gegangen. Kann ich vielleicht heute Nachmittag zu dir kommen und deines benutzen? Und dann können wir ja schnell noch einen Kaffee zusammen trinken. Bitte ruf sofort zurück. Danke. Hallo Fatima. Katja hier. Du, ich bin total im Stress. Ich muss für das Fest heute Abend noch unbedingt mein Kleid bügeln. Und gerade ist mein Bügeleisen kaputt gegangen. Kann ich vielleicht heute Nachmittag zu dir kommen und deines benutzen? Und dann können wir ja schnell noch einen Kaffee zusammen trinken. Bitte ruf sofort zurück. Danke. Ende des Tests Hören Schreiben Sie jetzt Ihre Lösungen 1 bis 15 auf den Antwortbogen. Tschüss. Tschüss. Drin. Schreiben Sie jetzt辛guss. Ich sage noch, es geht um welchem Tag. Danke. Untertitel. Und ich mache mich nur um Visionen für den Antworten. Und ich mache mich zu viel. carga hoch, dann werde mich aber richtig 보시d ich meinen Augen. Untertitelung des ZDF, 2020